Hi Freunde, Myroloks hier. Wir sind wieder hier mit einem neuen Video und wir sind auch wieder hier mit einer weiteren Teufelsfrucht-Analyse. Ich habe ja schon in der letzten Woche eine Teufelsfrucht-Analyse gemacht. In dieser Analyse ging es um die mystische Sohrenfrucht von Yamato. Ich denke, ein sehr cooles aktuelles Beispiel. Falls ihr das verpasst habt, gerne in die Beschreibung gucken und euch das noch reinziehen. War eine sehr coole Analyse. Ich dachte, bevor wir jetzt wieder ewig lange warten müssen, bis wieder eine neue Analyse auf den Kanal kommt, dachte ich, mei, okay, mei, einfach mal direkt die nächste. Wir sprechen also über die antike Sohrenfrucht von King und zwar der rechten Hand von Kaido, die stärkste Katastrophe von Kaido und das Mitglied mit dem höchsten Kopfgeld in Kaidos Crew. Demnach haben wir hier einen ordentlichen Brecher. Doch wie viel dieser hohen Titel sind eigentlich gerechtfertigt, wenn man alleine auf die Teufelsfrucht schaut? Oder ist das alleine Kings Verdienst ohne die Teufelsfrucht? Über all das sprechen wir in dieser Analyse und es geht um die antike Sohrenfrucht im Modell Dinosaurier. Das heißt, wir haben wieder eine dinosaurierartige Frucht. Davon hatten wir auch schon sehr, sehr viele, besonders im Warno Cognac. Hier also eine weitere und zwar das Modell, ich verspreche mich safe, Petranodon. Das ist das Flugmodell, Flugsauriermodell, um das es hier geht. Wir nennen der Einfachheit halber, ist auch zukünftig einfach Flugsaurier. Ich denke, das ist für alle einfacher, besonders natürlich für mich, Guys. Also, don't, don't add me. Und wir sprechen also über diese antike Sohrenfrucht. Bei der antiken Sohrenfrucht gibt es natürlich klassische Vorteile, die wir zuhauf schon besprochen haben. Die gelten für alle Sohrenfrüchte, besonders auch für antike Sohrenfrüchte. Und zwar werden natürlich klassische Stats, sage ich mal, geboostet. Das heißt, Vitalität, Ausdauer, Physis, Kraft und die Regeneration sind natürlich bei Sohrennutzern enorm gepusht. Das heißt, grundlegende körperliche Eigenschaften sind durch die hohen Eigenschaften des Tieres natürlich dann nochmal weiter geboostet und sind natürlich enorm praktisch. Und ein Flugsaurier an sich ist auch enorm praktisch. Sprechen wir also erstmal über die Vorteile der richtigen Tierform, das heißt der vollständigen Verwandlung in einen Flugsaurier. In dieser vollständigen Verwandlung ist man nämlich enorm schnell und enorm mobil. Und mit enorm mobil ist natürlich allen klar, wenn wir schon über einen Flugsaurier sprechen, dass man fliegen kann. Und fliegen ist mit Teufelsrüchten immer eine extrem gute Eigenschaft. Es gibt natürlich Früchte, die können sich zum Beispiel gut in der Luft halten, wie zum Beispiel die Fadenfrucht von Doflamingo oder sowas, wenn man sich dann mit einem Faden in die Luft zieht, aber Früchte, die wirklich die Fähigkeit haben, eigenständig fliegen zu können, sind enorm praktisch. Man kann den Nachteilen des Wassers sehr gut aus dem Weg gehen, indem man einfach seine Flugkräfte benutzt. Und generell ist Fliegen halt eine Eigenschaft, die anderen nicht vorbehalten ist, die keine Teufelsfrüchte dieser Art haben. Und das ist ein enorm starker Vorteil. Aber es gibt auch weitere Stärken, über die man sprechen muss. Denn trotz dieser hohen Mobilität und der enorm hohen Schnelligkeit gibt es trotzdem eine enorm große Kraft, die man immer noch in dieser Flugsaurierform nutzen kann. Wie realistisch das jetzt ist, dass so ein Tier derartige Kraft aufbringen kann, sei mal dahingestellt. Aber trotzdem konnten wir in verschiedenen Situationen sehen, dass King enorm viel Kraft in dieser Form aufwenden kann. Ein Beispiel haben wir auch direkt in Chapter 930 bekommen, wo er das gesamte Kriegsschiff samt Besatzung von den Big Mom Piraten, einschließlich Big Mom, die macht ja auch nochmal einiges aus, einfach den Wasserfall wieder runterstoßen konnte. Und ein gesamtes Kriegsschiff samt Besatzung, samt Big Mom, einfach mal wieder runterstoßen mit einem einzigen Tritt, zeigt schon, wie viel Kraft eigentlich hinter dieser Verwandlung, hinter dieser Tierform steckt. Das heißt, wir sprechen hier schon von einer der stärkeren Sohrenfrüchte, da brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Im selben Zyklus haben wir aber auch gesehen, dass die Sohrenfrucht auch andere starke Eigenschaften hat. Beispielsweise sein Schnabel hat eine so heftige Durchschlagskraft, sprich die Härte des Schnabels und natürlich die Form des Schnabels, als auch kombiniert mit der Schnelligkeit des Fliegens, sorgt dafür, dass er gesamte Gebäude einfach generell zersieben kann, indem er einfach da durchfliegt und durchbohren kann. Und das zeigt natürlich, dass die Sohrenfrucht an sich schon in der generellen Form enorm mächtig ist. Wir kommen natürlich aber auch zu der interessanten Variante, und zwar, was passiert, wenn man die Eigenschaften des Nutzers mit der Eigenschaft des Tierespart, heißt die Hybridform. Die Hybridform sind ja immer der interessante Part, wenn man über Sohrenfrüchte spricht. Und auch die Hybridform haben wir gesehen, ähnlich wie Queen eine Hybridform hat und ähnlich wie auch Jack eine Hybridform hat und ähnlich wie natürlich auch Kaido eine Hybridform hat, so hat auch King eine. Und er stellt damit natürlich eine sehr, sehr große, kräftige Instanz dar. Und zwar konnten wir sehen, wie er mit seinen Flügeln dann enorm viel anstellen kann. Mit seinen Flügeln wehrt er Attacken ab. Das Ganze haben wir auch schon gesehen in Chapter 1032. Dort hat er dann erstmalig die Attacken einfach mit seinen Flügeln abgewehrt. Das heißt, diese haben eine enorme Härte. Aber nicht nur das, die Flügel stellen in dem Form auch eine Art Klingen dar. Denn King benutzt diese Hybridform nicht nur zum Fliegen, um trotzdem noch in der menschlichen Gestalt zu sein, sondern seine Flügel stellen eher eine Art Klingen dar, mit denen er verschiedene Schnitte machen kann, die auch auf Distanz funktionieren. Mit der hat er besonders Zorro auch ordentlich zu knabbern gegeben. Da musste Zorro auch schon ein bisschen tiefer in sein Repertoire greifen, um dem Ganzen entgegenwirken zu können. Das heißt, King war auch seit Langem mal wieder eine Herausforderung für Zorro. Und das zeigt natürlich auch, wie viel Kraft hinter dem Ganzen steckt. Aber auch generell sind seine Flügel im Nahkampf sehr gut verwendbar, um damit eine Klinge darzustellen. Und das sorgt besonders für eine wichtige Sache. Denn es geht natürlich auch viel um Nachteile. Und Sorenfrüchte haben eigentlich eine sehr, sehr gute Eigenschaft, mit der man viel anstellen kann. Und zwar, dass man in der Hybridform weiterhin seine Waffen nutzen kann. Denn viele One Piece Charaktere benutzen natürlich Pistolen, Gewehre, Säbel, Speere, Schwerter etc. pp. Und all diese Waffen in der Hybridform weiter nutzen zu können, stellt einen enormen Vorteil dar. Da gucken wir auf Jack, gucken wir natürlich auf Kaido und so weiter und so fort. Brauchen wir, denke ich, nicht drüber reden. Gibt es viele Beispiele. In der Hybridform vom King ist das allerdings nicht so, da die Arme mit den Flügeln verschmelzen in der Hybridform. Und in der vollständigen Form gibt es natürlich gar keine Arme mehr. Und demnach kann man kein Schwert oder ähnliche Waffen führen. Bei Schwertern ist dieser Nachteil hier zumindest ausgemerzt. Das heißt, ein Vorteil der Frucht ist natürlich, dass man einfach die Flügel weiter als Schwerter benutzen kann, da die eine enorme Durchschlagskraft haben. Aber wenn man andere Waffen führen würde, wie zum Beispiel Gewehre oder Pistolen oder ähnliche Waffen, dann muss man sagen, ist diese Teufelsfrucht gar nicht mal so gut geeignet. Und man müsste seinen kompletten Kampfstil ja ziemlich, ziemlich stark anpassen. Also dieser Kampfstil, den man mit anderen Waffen führt, wenn man jetzt zum Beispiel auf Lyshop guckt oder andere Leute, die halt Waffen nutzen, dann wird es schon sehr, sehr schwierig, da eine Waffe zu führen. Und demnach haben wir hier einen Nachteil, den viele Sohrenfrüchte nicht haben. Das heißt, klar, die Frucht kann fliegen. Guter Vorteil, haben wenig Sohrenfrüchte stark, aber man kann keine Waffe führen. Krasser Nachteil, würde bei vielen Charakteren den Unterschied machen, deswegen, das gleicht sich hier an der Stelle so ein bisschen aus. Kommen wir aber zu weiteren Punkten und hier geht es natürlich auch um Haki. King hat natürlich Haki, er benutzt das Rüstungshaki, er benutzt auch das Observationshaki. Beides auch auf einem sehr, sehr guten Niveau, muss man sagen. Und er ist demnach auch sehr präsent mit dem Haki. Und es hilft sowohl der aggressiven als auch der defensiven Variante der Sohrenfrucht. Natürlich muss man sagen, alle Sohrenfrüchte harmonieren natürlich bis zu einem gewissen Grad sehr gut mit Rüstungshaki, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung. Und alle Sohrenfrüchte harmonieren natürlich auch sehr gut mit Observationshaki. Hintergrund ist natürlich auch ganz klar, egal ob man langsam ist, also beispielsweise wie Queen im Brachiosaurus, ist Observationshaki gut, damit man vorher schon weiß, wie man ausweichen muss. Wenn man schnell ist, ist es aber auch gut, damit man halt mit seinen schnellen Bewegungen handhaben kann und bessere Attacken starten kann. Rüstungshaki genauso. Angriff, Verteidigung ist, denke ich, klar, brauchen wir nicht groß drüber reden. Das heißt, diese Haki-Arten unterstützen natürlich Sohrenfrüchte besonders und, das ist auch bei King keine Ausnahme, diese beiden Haki-Arten helfen sehr, sehr gut dagegen. Doch was bleibt am Ende? Das ist ja der wichtige Punkt, denn ein wichtiger Part bei King ist, dass er alleine schon enorm stark ist. Seine Physis ist enorm mächtig, seine Stärke an generellen ist enorm mächtig. Er ist ein hervorragender Schwertkämpfer und kann sich mit dem Schwert selbst gegen Zorro eine gute Zeit behaupten. Und dieser ist natürlich rein auf den Schwertkampf fokussiert. Und durch seine Rasse bedingt hat er auch weitere sehr nützliche Fertigkeiten, die ihm auch schon helfen. Das heißt, overall beachtet, und wir haben natürlich nur King als Beispiel, es gibt ja nicht mehrere Nutzer der Teufelsfrucht, muss man schon ganz klar sagen, dass King auch ohne diese Teufelsfrucht sehr, sehr stark wäre. Also er hätte trotzdem das Zeug, eine Katastrophe zu sein, auch wenn er nicht diese Teufelsfrucht hätte. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn bei anderen Charakteren gilt das nicht. Andere Flying Six-Member oder auch andere Katastrophen hätten nicht ihren Status, wenn sie nicht eine so starke Sohrenfrucht oder andere Teufelsfrüchte hätten, die sie entsprechend stärketechnisch unterstützen würden. Bei King muss man sagen, klammert das das Ganze schon aus. Aber versteht mich nicht falsch, King wäre halt, obwohl er stärker ist als Queen, obwohl er stärker ist als Jack, obwohl er auch stärker als alle Flying Six-Member oder die Headliner ist, ist King das nahezu auch, wenn er diese Teufelsfrucht nicht hat. Trotzdem ist die Teufelsfrucht sehr, sehr stark. Sie bringt ihn auf ein neues Level. Sie hebt natürlich seine Fähigkeiten an, gibt ihm mehr Möglichkeiten, aber es ist nicht so ein kompletter Gamechanger wie zum Beispiel bei Marco oder anderen Leuten. Und dazu kommen wir jetzt auch nochmal. Und zwar, es geht ja hier um die Frucht im Einzelnen. Und die Frucht im Einzelnen, auch wenn sie bei King nicht so den Unterschied macht, würde natürlich bei anderen schon einen großen Unterschied machen. Diese Sohrenkraft zählt definitiv zu Sohrenkräften, die zu den Besseren zählt. Das heißt, unter all diesen 100 Sohrenfrüchten gefühlt, die es schon gibt im One Piece-Universum, ist diese Dinosaurierfrucht mit diesem Modell schon eine der Besseren, die man erwischen kann. Klar, man könnte sagen, auch andere Früchte sind besser und genau darum geht es jetzt. Denn wir wollen natürlich einen Vergleich der Teufelsfrüchte darstellen und wie gut diese Teufelsfrüchte zu anderen abschneidet. Und da ist natürlich ein Vergleich sehr, sehr naheliegend, muss man sagen. Und zwar der Vergleich, der auch im Wano Kuniak thematisiert wurde, zu Marco. Denn Marco hat die Phönixfrucht und stellt demnach ein sehr gutes Pendant dar. Denn der Phönix, in den sich Marco verwandelt, hat eine ähnliche Statur, eine ähnliche Größe zu Kings Flugsaurier. Sie sind ähnlich schnell, sie können ähnlich viel Kraft aufwenden. Auch ein Marco konnte, wie King es in Chapter 930 getan hat, das Kriegsschiff wieder runterstoßen. Das heißt, man sieht sogar, dass er die gleiche Art von Kraft aufwenden kann. Aber jetzt mal der natürlich Schlagabtausch an Fähigkeiten und da wird es sehr schnell dünn für King. Denn Heilkräfte für sich als auch für andere hat King nicht. Er hat natürlich eine hohe Regeneration, aber auch wenn wir über Regeneration sprechen, brauchen wir, glaube ich, keinen Vergleich zu Marco ziehen. Denn Marco ist so regenerativ stark durch seine Phönixfrucht, dass er auch einfach bewusst in Attacken reinfliegen kann, weil er sich sowieso wieder regeneriert. Dann hat er auch noch Distanzangriffe. Durch seine Flammen kann er Distanzangriffe machen, die King mit der Reinsuorenfrucht nicht machen kann. Klar, er kann diese Klingenhiebe machen, die auch auf Distanz stark sind, das darf man nicht unterschätzen. Selbst ein Zorro hat zwischenzeitlich ein bisschen gestruggelt im Kampf gegen King, keine Frage. Aber am Ende des Tages sind Heilkräfte, Distanzangriffe, Regeneration und die generelle Kraftverteilung, wenn man es overall betrachtet, bei Marco schon deutlich besser. Das heißt, jeder Charakter, egal ob er eine Waffe benutzt, ob er keine Waffe benutzt, etc., würde sich für die Phönixfrucht entscheiden und nicht für diese Frucht. Was wir jetzt in Zukunft von dieser Frucht erwarten können, ist natürlich nochmal eine Sache für sich. Denn bei Yamato konnten wir natürlich einen Blick in die Zukunft werfen, weil wir natürlich auch wissen, dass Yamato zukünftig noch eine größere Rolle im Wuppies-Universum spielen wird. Bei King ist das so eine Sache, er hat seinen Kampf verloren, schlussendlich hat Zorro gewonnen. Das ist natürlich der Fakt, der im Raum steht. Und am Ende des Tages hat dann auch Green Bull nochmal sein Bestes getan und King und Queen ordentlich durchgelassen. Wie denn ihre Rolle in Zukunft sein wird und ob es überhaupt noch eine Rolle für die beiden in Zukunft gibt, mag ich mal stark, stark in Anführungsstriche setzen. Natürlich könnte man sagen, klar, die spielen nochmal eine Rolle, das sind so wichtige, dominante Charaktere, aber ich glaube, da liegt der Fokus auch eher auf anderen Charakteren, beispielsweise jetzt natürlich aus dem aktuellen Manga-Stand betrachtet, auf die Shanks-Piratenbande als auch auf die Blackbeard-Piratenbande. Und wenn man auf andere Crews guckt, dann könnte man sagen, selbst ein Katakuri oder so hat bessere Chancen, noch präsent zu sein im Manga oder halt in den aktuellen One Piece-Ständen als ein King oder ein Queen oder andere Katastrophen. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von der Teufelsrucht? Wie findet ihr die Teufelsrucht? Glaubt ihr, wir können in Zukunft davon noch ein bisschen was erwarten? Wenn ja, was natürlich? Ich freue mich über den Austausch. Wir haben damit jetzt mal zwei Teufelsrucht-Analysen hintereinander gemacht. Heißt, demnächst kommen erst mal wieder ein paar andere Videos, vielleicht auch mit ein paar anderen One Piece-Youtubern. Ihr könnt ja auch vielleicht mal ein paar Wünsche in die Kommentare schreiben, gar kein Problem. Und dann versuche ich aber relativ zeitnah eine Teufelsrucht-Analyse zu machen, wenn ihr darauf Bock habt, Leute. Das heißt, bewertet das Video, kommentiert, zeigt mir, dass ihr Bock auf dieses Format habt. Ich feiere das, aber ich brauche es natürlich nicht machen, wenn es keiner von euch feiert. Deswegen lasst es mich gerne wissen. Ich bedanke mich für jeden, der bis hierhin geschaut hat. Wünsche euch noch einen super schönen Tag, Leute. Haut rein. Ciao.